Kannst du dich noch an deinen allerersten Kuss erinnern? Wie aufgeregt du warst und diese Schmetterlinge in deinem Bauch? Und dann ist es passiert? Genau um dieses Gefühl geht es mir bei dir wieder hervorzloggen. Wenn du auf einer Veranstaltung bist, Komplimente einsackst und dich einfach sauvohl fühlst. Hallo, mein Name ist Frank Reh, ich bin einer der Gründer von Kleider Store und wie du eben gerade mitbekommen hast, ist mein Ziel, dir nicht unbedingt ein Kleid zu verkaufen, sondern wirklich dich glücklich zu machen. Und dazu gehört natürlich nicht nur das Kleid und die passenden Accessoires, die es natürlich bei uns auch gibt, sondern es geht ja ein vielfaches viel weiter. Beispielsweise bei uns im Magazin findest du Videos, Tipps und Tricks, Beiträge, Interviews, Kundenfeedbacks, die dir vieles vermitteln, wie du beispielsweise mit deinem Kleid locker sieben Kilo schlanker aussiehst, ohne dafür DE zu machen oder so. Also beim Magazin kommt schon mal viel, viel raus. Aber gut, das hat dir mittlerweile fast jeder. Wir gehen noch einen Schritt weiter, denn bei uns bestimmst du, was du für ein Kleid oder für ein komplettes Outfit bezahlen möchtest. Denn dank unseres, ja, Bonusprogramm, was du oben findest, dein Geschenk hol es dir. Und um das Ganze natürlich noch zu toppen, sagen wir sogar, nicht wir bestimmt grundsätzlich, was es bei uns zu kaufen gibt, sondern ihr, was sagt du. Denn wenn du komplett in der Community mit drin bist, bei Facebook, Instagram und Co., kannst du jeden Tag mitbestimmen durch ein Like, durch ein Kommentar, welches Kleid, welche Accessoires es morgen bei uns gibt, natürlich zu mega Preisen. Und in Zukunft kommt noch vieles, vieles mehr. Und da bin ich und wir und die Community schon richtig drauf gespannt, zusammen hier eine Welt zu kreieren, wo wirklich dieses Gefühl, das Schmerding im Bauch und der erste Kuss. und dann kommt noch viel weiter. Vielen Dank.